Musik Viel Spaß in der Schule! Ich hab Angst vor der Schule. Miri, du brauchst keine Angst zu haben vor der Schule. Wärt ihr die neuen Schüler? Wie sehen die denn aus? Die haben ja voll viel und coole Sachen an. Geht rein! Lasst euch nicht händeln. Wie sehen die denn aus? Die haben ja voll die uncool Sachen an. Lasst uns uns in Ruhe, wir haben euch nichts getan. Ich hole jetzt den Lehrer. Lernt euch erstmal kennen, ich lade euch zum Eis ein. Wow!